Hey Leute, ich bin der aus dem Internet. Ihr habt mein Gesicht höchstwahrscheinlich schon mal gesehen, das heißt ihr kennt alles über mich und mein Leben und wie ich drauf bin. YouTuber werde ich betitelt. Ich sehe einigermaßen gut aus, aber ich kann ja eh sonst nichts. Denn YouTuber können nichts. Eine Kamera auf dich halten und quatschen, das kann jeder. So ein Video ist in ein paar Minuten geschrieben, gedreht, geschnitten und veröffentlicht. Ach so, ich verdiene richtig viel Geld damit. Ich kriege alles gesponsert und kann im Luxus leben. Aber ich sollte was richtiges machen, denn daraus wird eh nichts. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was richtige Arbeit ist. Ich habe auch keinen Wert für diese Gesellschaft. Hey, ich bin eine weitere YouTuberin, Doppelpiece. Ihr kennt mich nicht, aber ihr solltet trotzdem auch meinen Lifestyle-Blog abonnieren. Auf jeden Fall. Und ich wollte sie nur im Video haben, damit sie mich verlinkt und damit ihr mich auch schauen könnt. Ach so, und teile dieses Video bloß nicht. Weil du schnarcht. Denn du könntest mir damit helfen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.